Der Alain, 300 Meter der Frauen, mit eurer Unterstützung auf geht, Christina Herring, die Stadtwärts München auf der Bahn 5, die lange Läuferin hier im Feld. Jetzt schon auf Platz 2, Daniela Daugner von der LG LKL. Das ist ja 400 Meter Spezialistin an Christina Herring, schon vorbei. Daniela Daugner, ich darf nochmal lernen, das beste Sieg von mir, die hat echtes Christina Herring, ein großes Rekord, der ist reich für Daniela Daugner, die gewinnt hier in 38,49 Sekunden.